Willkommen zur wöchentlichen Zusammenfassung österreichischer Fanaktivitäten aus Liga 2, der Regionalliga und der Landesliga. Beginnen wir in Tirols Hauptstadt, wo Wacker Innsbruck auf Natters traf. Die Szene rund um Tivoli Nord zeigte im Verlauf des Spiels ein Spruchband, auf dem folgendes geschrieben stand, Trainer, Spieler, Kurve, alle an einem Strang, damit unser Traum endlich wahr werden kann. Wacker gewann mit 3 zu 1. Austria Salzburg traf im Heimspiel auf den TSV St. Johann. Die Kurve Viola unterstützte ihre Austria mit Fahnen, Doppelhaltern und Gesängen. St. Johann unterlag den Violetten mit 2 zu 1. Der SKN St. Pölten traf vergangenen Sonntag auf Vorwärtssteier. Die Wolfbrigade supportete ihre Mannschaft und sah ein 1 zu 1 unentschieden. Weiter geht es in Gleisdorf, wo die Zweitvertretung der Blackies auf die Admirer traf. Etliche Fans der Admirer begleiteten ihren Herzensverein zu diesem so wichtigen Spiel in die Steiermark und sorgten für guten Support. Admirer gewann in Unterzahl mit 5 zu 2. Der GAK gastierte beim FC Liefering. Dabei wurde die Mannschaft von etlichen Fans begleitet und angefeuert. Die Roten Grazer setzten sich mit 2 zu 0 durch. Zum Abschluss blicken wir in die Stahlstadt, wo Blau-Weiß auf den Floridsdorfer AC traf. Die Fans der Blau-Weißen zeigten im Verlauf des Spiels zwei Spruchbänder, die sich an die Stuttgart-Kickers richteten. Dabei hatte man Unterstützung aus Regensburg. Man trennte sich mit 1 zu 1. Danke, dass ihr bis zum Ende drangeblieben seid und für mehr solcher Videos, abonniert gerne den Kanal. Danke! 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 Vielen Dank.